In diesem Video geht es um Freimaurerei. Der eine oder andere wird die Freimaurer kennen aus Verschwörungstheorien, vielleicht sogar hier auf YouTube, wie der andere werden sie vielleicht kennen aus Erzählungen, aus Mythen oder aus Literatur. Der eine oder andere mag über sie gestolpert sein, weil bekannte Persönlichkeiten wie Mozart, Theodore Roosevelt, Benjamin Franklin, Henry Ford, Goethe und viele weitere Mitglieder waren der Freimaurerei. Sie sind immer wieder erwähnt worden in der Geschichte der Menschheit und für mich persönlich ist spätestens jetzt auch seit dem Podcast auf Spotify zusammen mit dem Kai Stürenberg der Zug abgefahren, wo ich da, ich sag mal, ein allzu großes Geheimnis draus machen könnte. Ich habe da nie ein großes Geheimnis draus gemacht, aber aus diversen Gründen denke ich, dass es jetzt ein guter Zeitpunkt ist, damit mehr an die Öffentlichkeit zu gehen. Deshalb habe ich mir hier, was ich eigentlich nicht mache, für dieses Video einige Fragen vorbereitet, die ich von euch bekommen habe, sowohl über Facebook als auch über Instagram, über private Nachrichten und auch hier zum Teil in den YouTube-Kommentaren und auf diese Fragen möchte ich hier in diesem Video eingehen. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß mit diesem Video. Was sind Freimaurer? So, das ist immer so die härteste Frage eigentlich. Also, wenn du Menschen, die sich intensiv mit komplexeren Themen beschäftigt haben, außer Reserve locken willst, stell ihnen einfache Fragen. Das ist immer so die hohe Schule, dann darauf einfach zu antworten und das einfach herunterzubrechen. Was sind Freimaurer? Zuallererst sei gesagt, alle Antworten, die ich hier auf diese Fragen gebe, sind weder repräsentativ für die Freimaurerei, noch spreche ich für die Freimaurer im Allgemeinen. Ich erzähle meine subjektive Perspektive auf die Freimaurerei und bin in keinem offiziellen Amt, bekleide da keine offizielle Position, sodass das alles andere als repräsentativ ist. Was ich hiermit teile, sind meine persönlichen Erfahrungen aus jetzt einem guten halben Jahrzehnt Mitgliedschaft in der Freimaurerei und meine persönliche Meinung über eben diesen Verein. Ja, Freimaurer als solche sind, ich hatte es eben schon kurz erwähnt, an sich ein eingetragener Verein. Man könnte sagen, eine Bruderschaft, die weltweit existiert, in meines Wissens nach auf allen Kontinenten, in etlichen Ländern, in etlichen Städten, vielleicht auch in deiner Stadt. Also ich war in Bezug auf mich sehr überrascht, als ich seinerzeit beitreten wollte, geguckt habe, Mensch, wo ist denn sowas hier irgendwo bei mir in der Nähe und habe gesehen, dass, obwohl ich sehr ländlich lebe, dass 5 Kilometer in die Richtung eine Freimaurerloge war und irgendwie 12 Kilometer in die Richtung war schon die nächste Freimaurerloge. Und dieser Verein schreibt sich auf die Fahne, dass er Männer bei sich hat, welche sich dazu oder welche der Überzeugung angehören, dass die stetige Arbeit an sich selbst sie zu einem, das ist ein schwieriges Wort, besseren Menschen machen. Und diese Überzeugung, dass die Arbeit an sich selbst dabei hilft, über sich hinaus zu wachsen, Dinge zu erreichen, materiell und spirituell, die man vorher gegebenenfalls nicht erreicht hat, das war immer was, was mich persönlich sehr angesprochen hat. Also hatte ich da eine gewisse Affinität zu diesem Verein und hatte mich seinerzeit dahingehend bei denen auch gemeldet. Dieser Verein, der weltweit operiert, sage ich mal, existiert, vielleicht besser gesagt, um mir keine falschen Assoziationen zu wecken, überträgt oder hilft bei der Entwicklung der Brüder, wie sich die einzelnen Freimaurer untereinander nennen, auf verschiedenen Ebenen. Das heißt, wir haben zum einen einen normalen Austausch in Form von Bruderabenden, wo man hinkommt und man tauscht sich aus über verschiedene Themen. Das kann auch gut sein, dass da Vorträge gehalten werden, über die dann im Anschluss diskutiert wird. Eine der wahrscheinlich bekanntesten, aber auch wichtigsten Säulen der, ich nenne es mal Wissensvermittlung, sind eben die bekannten Rituale, über die es auch ganz viele verschwörungstheoretische Ansätze gibt. Ja, die Rituale existieren, da erzähle ich auch kein Geheimnis. Was machen diese Rituale? Was hat es auf sich mit diesen Ritualen? Das ist eine Frage, die auch sehr oft kommt. Und die schönste Geschichte, die ich dazu bekommen habe, war eigentlich noch vor meiner Aufnahme als Freimaurer. Ich führte ein ein- bis zweistündiges Telefonat mit einem 32-Grad-Freimaurer. Das heißt, es gibt in der Freimaurerei auch verschiedene Grade. Und ich habe gefragt, sag mal, was hat es auf sich bei euch mit diesen Ritualen? So, ich meine, ich kann mir doch auch Bücher schnappen und lesen und so. Was hat es auf sich mit diesen Ritualen? Und die Antwort hat mich seinerzeit sehr verblüfft. Und das Beispiel, was mir genannt wurde, war folgendes. Das möchte ich hier an dieser Stelle mit dir teilen. Mir wurde gesagt, guck mal, Patrick, stell dir vor, du möchtest Dinge erfahren über die Oper Zauberflöte von Mozart. Und jetzt stell dir vor, ich komme zu dir und lege dir sämtliche Notenblätter dahin mit allen Noten der Zauberflöte. Mit sämtlichen Inhalten, du könntest alles nachlesen, du hättest alles schwarz auf weiß vor dir. Dann hättest du sämtliche Informationen über die Zauberflöte und du könntest sie verstehen. Du wüsstest alles. Jetzt stell dir aber vor, ich würde dich an die Hand nehmen, wir würden zusammen in eine Oper gehen und würden uns die Zauberflöte anhören. Dann hättest du sie erlebt beziehungsweise erfahren. Und er sagte, das ist der Unterschied, Wissen zu verstehen oder durch Rituale zu erleben. Und ich dachte mir, das macht erschreckend viel Sinn. Und hat er mich neugierig gemacht, seinerzeit mich dahingehend zu melden. Das als kurzer Loop, als kurzer Ausschweif dahingehend, wie es bei mir persönlich war, was ein paar von den Gründen war, wieso ich zu der Freimaurerei kam. Viel mehr kann man im Allgemeinen auch schon nicht sagen, ohne da vereinzelt zu sehr in die Tiefe zu gehen. Zusammenfassend, es ist ein Verein primär von Männern. Mittlerweile gibt es auch Frauen, die sich weltweit organisieren, in sogenannten Logen. Da gibt es in verschiedenen Städten Logenhäuser oder es wird sich in anderen Häusern eingemietet und dann wird sich ausgetauscht. Es wird an sich gearbeitet, über verschiedene Säulen, über den Austausch, über das Miteinander, der Brüder untereinander, über Vorträge und eben über die eben angesprochenen Rituale. Das erstmal ganz allgemein zu der Frage, was sind Freimaurer? Warum ich beigetreten bin, das ist eine Frage, die ich auch sehr oft bekomme. Und auch hier gilt wieder, ich spreche natürlich nur für mich. Bei mir war es so, dass ich in Bezug auf mein Leben, ich habe mir immer sehr, ich nenne es mal tiefgründige Fragen gestellt. Ich wollte wissen, wie funktioniert die Welt, wie funktionieren die Menschen, warum sind die Dinge so, wie sie sind. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, dass ich viele Bücher lesen kann und mir auch rein kognitives Wissen aneignen kann, aber dass ich da nicht wirklich weiterkomme, ab einer gewissen Ebene, weil egal, wie akademisch man das angehen würde, zu etlichen Studien gibt es gute Thesen oder Studien, die dagegen sprechen. Ich hatte das Gefühl, dass ich auf rein logischer Ebene nicht alles erfassen kann. Und ich hatte das Gefühl für mich, dass da immer mehr war. Ich wusste nicht, ob es jetzt Gott war, ob es, wie manche sagen, Energie war oder Bewusstsein war oder das Universum oder irgendwie sowas, aber ich hatte das Gefühl, es gibt irgendwie mehr. Und dann habe ich viel gelesen, viel gelesen beispielsweise über Religion. Ich habe mir dann das Christentum näher angeschaut. Ich habe mich mit Pastoren gesprochen, getroffen mit verschiedenen und habe dann die Fragen, die ich hatte, den Pastoren gestellt, zum Beispiel in Bezug auf die Bibel. und das soll hier kein Bashing werden, um Gottes Willen, aber gleichzeitig ist mir wichtig, dir klarzumachen, was mich dahin geführt hat. Die Antworten, die ich oftmals bekommen habe von den Pastoren, mit denen ich gesprochen habe, die haben mir nicht gereicht. Also wenn ich dann gefragt habe, hier Sündenfall im Paradies beispielsweise, die Schlange, die hat dann gesprochen, wie soll das gehen? Ja, das war damals so, da war halt die Schlange auf dem Baum und die hat dann zu Eva gesprochen. Da dachte ich mir, Okay, ich war nicht dabei, also ich kann es nicht ausschließen, aber irgendwas hat mir intellektuell gesagt, es hat mir nicht gereicht, sage ich mal so, oder es hat mich nicht abgeholt an der Stelle. Und dann habe ich mich mit anderen Religionen beschäftigt, mit dem Judentum beispielsweise und auch im asiatischen Raum mal geguckt, Daoismus und so weiter. Und ich hatte eine Affinität dazu, auf inhaltlicher Ebene zum Teil, aber das war in vielerlei Hinsicht zu weit weg. Wir sind hier halt im, gerade hier in Deutschland beispielsweise, christlich geprägt und ich hatte keine Berührungspunkte einfach dazu, großartig. Ich konnte mich da auch intellektuell mit austauschen, kannte jetzt aber auch wenige, die wirklich in Glaubensrichtungen aus dem fernen Osten tief verankert waren, beispielsweise im Buddhismus oder ähnliches. Ich kannte viele, die da mal was drüber gelesen haben und auch sagen, ja, ich bin Buddhist, aber wenige, die so richtig tief darin verankert waren. Und gleichzeitig war bei mir immer der Gedanke, wenn es einen Gott gibt, der wirklich alle Menschen liebt und vor dem alle Menschen gleich sind, dann wäre es doch ziemlich unfair, wenn es nur eine Religion gäbe, die zu ihm führen würde. Denn wir haben im europäischen Raum natürlich, sind wir überwiegend christlich geprägt, muslimisch geprägt zum Teil. Wir haben im asiatischen Raum beispielsweise den Buddhismus, im indischen Raum ebenfalls den Hinduismus zum Beispiel, der sehr verbreitet ist. Und das würde ja mehr oder weniger heißen, dass je nachdem, also dass Gott quasi würfelt und wenn ich in Asien zur Welt komme, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich vielleicht Buddhist werde oder Dao ist oder ähnliches. Wenn ich in Indien geboren werden würde, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich dann Hinduist werde. Wenn ich in Europa geboren werde, dann werde ich vielleicht Christ oder werde vielleicht Moslem. Und da dachte ich mir, das kann doch nicht sein. Also natürlich habe ich die Möglichkeit, wenn ich jetzt irgendwie im tiefsten Asien geboren werden würde und irgendwie mit dem Buddhismus groß werde, noch zum Christentum zu konvertieren, wenn das jetzt der eine Weg wäre. Aber die Wahrscheinlichkeit ist ja gering. Und ich dachte mir, das funktioniert doch irgendwie nicht. Da muss doch irgendwie, da muss es doch irgendwie Essenzen geben, wo alle Religionen irgendwie was haben, was ähnlich ist, was irgendwie in die gleiche Richtung zeigt. Und genau das meine ich persönlich in der Freimaurerei gefunden zu haben. Also ich glaube heute, dass die verschiedenen Religionen, und wenn wir da historisch drauf gucken, ich will jetzt nicht zu sehr in die Tiefe gehen, wir hatten ja zeitlich gesehen ägyptische Mythologie, römische Mythologie, dann hatten wir irgendwie den Hinduismus, dann kam der Buddhismus und dann kamen irgendwann die monotheistischen Religionen, also das Judentum, das Christentum, der Islam. Und ich glaube, oder ich habe das Gefühl, dass die verschiedensten Religionen einfach nur in Abhängigkeit der jeweiligen zeitlichen Epoche und der jeweiligen geografischen, kulturellen Bedingungen mit verschiedenen Worten auf die gleiche Sache hinzeigen wollten. Das ist auch was, was Buddha sinngemäß meinte, mit Worte sind belanglos, denn sie sind nur der Finger, der auf den Mond zeigt. Außerdem dachte ich mir, als ich darüber geforscht habe, über die Freimaurerei, wenn Leute wie Goethe, Mozart, Lessing, Henry Ford, Theodore Roosevelt, Franklin und Armstrong, etliche weitere, wenn diese Leute Freimaurer waren und das waren jetzt keine Leute, die die dumm waren, dann dachte ich mir, Mensch, irgendwas scheint da ja dran zu sein. Es muss diese Leute, die alle es zu weltweiten Ruhm auf der einen oder anderen Ebene gebracht haben, ja irgendwas dazu bewogen haben, die müssen ja irgendwas in der Freimaurerei gesehen haben, was die daran inspiriert hat, was die begeistert hat, warum die beigetreten sind und wenn es für die das Richtige war, dann kann es für mich nicht das Falsche sein. So ungefähr war mein Gedankengang seiner Zeit und all das eben genannte zusammen hat mich dann dazu bewogen, mich bei den Freimaurern zu melden. Und in der Freimaurerei was, was mich zusätzlich begeistert hat, war eben auch, dass ein Miteinander in den verschiedenen Religionen möglich war. Das heißt, es war überhaupt kein Widerspruch, dass ich mit meinen Brüdern zusammenstehe und hier steht ein Moslem, hier steht ein Buddhist, hier steht ein Christ und hier steht ein Daoist und wir unterhalten uns über den Glauben. Das war kein Widerspruch und das war was, was mir ebenfalls sehr zugesagt hat. Wird man bedingungslos unterstützt und unterstützen sich alle Freimaurer gegenseitig? Berechtigte Frage und man hört das natürlich immer wieder, gerade hier auf YouTube, Das ist übrigens auch einer der Gründe, warum ich das Video mache. Ich selbst habe vor meiner Aufnahme zu der Freimaurerei etliche Stunden Videomaterial hier auf YouTube geguckt und hatte alles durch, von Satanismus über Ziegen, Schlachten, Blut, Trinken, alle möglichen kuriosen Ansätze, die man haben kann. und Lucifer und so weiter und so fort. Ich habe sogar, kurzer Insider, auf meinem allerersten Gästeabend, als ich eingeladen worden bin, als ich noch kein Mitglied war, war eine meiner ersten Fragen von wegen, was hat es denn auf sich hiermit mit Lucifer? Das heißt, ich bin in mehrerlei Hinsicht keiner, der Sachen bedingungslos, also der Sachen konsequent abtut, im Sinne von, damit haben die nichts zu tun, das ist zu kurios, oder ja, das ist eine Verschwörung, damit haben sie auf jeden Fall was zu tun. Ich bin jemand, der Sachen anspricht, der Sachen in Erfahrung bringen will und sich da auch nicht zurückhält mit kritischen Fragen oder kritischen Inhalten. Und die Frage war, ist das jetzt so eine Seilschaft? Unterstützt man sich gegenseitig? Die Antwort darauf ist ja und nein. Also es ist sehr verpönt, der Freimaurerei beizutreten mit der ursprünglichen Intention auf geschäftlicher oder auf Business-Ebene dadurch Vorteile zu erlangen. und man nennt das Geschäftsmaurerei und das ist zu Recht verpönt, denn der Fokus der Freimaurerei ist nicht, dass das ein Business-Netzwerk ist. Da gibt es andere Sachen, da gibt es zum Beispiel den BNI oder ich weiß nicht, ob bei den Rotariern oder bei den Lions eventuell mehr ein Netzwerkgedanke neben dem Service-Gedanken noch im Vordergrund steht, aber in der Freimaurerei ist der Fokus tatsächlich die Arbeit an sich selbst und wenn jemand dahin kommt jetzt, der nur geschäftliche Kontakte knüpfen will, dann hat der natürlich einfach den falschen Fokus und dann wird der da auch nicht das finden, was er sucht, denn das merken die anderen natürlich, dass er vielleicht gar nicht daran interessiert ist, selber zu wachsen, an sich zu arbeiten, sondern nur geschäftliche Kontakte knüpfen will. Das heißt, auf dieser Ebene, alle, die aus dem Grund beitreten wollen, kann ich sagen, lasst es sein. Das macht keinen Sinn, weder für die Freimaurerei noch für dich selbst. Im Umkehrschluss ist es so, und das möchte ich hier an dieser Stelle gar nicht abtun oder verheimlichen, ich denke, es ist eine aus psychologischer Sicht sehr normale Geschichte und eine Sache, die jede Vereinstätigkeit automatisch mit sich bringt, dass, wenn Menschen untereinander in speziellen Kreisen viel Zeit miteinander verbringen, sie Vertrauen zueinander finden. Und das hat man in jedem Fußballverein, wenn man irgendwie, wenn der Stürmer der Peter ist und der Peter ist irgendwie Steuerberater und man hat jetzt steuerliche Fragen, dann wird man wahrscheinlich nicht als erstes die gelbe Seiten aufschlagen, sondern man wird vermutlich als erstes den Peter fragen. So, weil den kennt man ja. So, und der ist wahrscheinlich weniger darauf bedacht, sich die eigenen Taschen voll zu machen, sondern aufgrund des persönlichen Kontaktes darauf bedacht, auch entsprechende Informationen, wahrheitsgetreu rauszugeben, zum Besten, zu demjenigen, der ihn fragt. So, und ich denke, das ist so gesehen zum Teil eine normale Sache, dass es passieren kann, dass da Menschen auch auf geschäftlicher Ebene zueinander finden, aber, und das muss doppelt unterstrichen werden, das sollte keinesfalls die Intention sein, denn sonst würde es auch nicht funktionieren. Das heißt, es kann unter Umständen zu solchen Sachen kommen, aber nur dann, wenn man mit der richtigen Intention bereits beigetreten ist. Alles andere macht keinen Sinn und wenn du dieses Video jetzt siehst und denkst, dann schleiche ich mich doch in das Netzwerk ein, indem ich vorgebe, an mir arbeiten zu wollen, lass es. so was macht keinen Sinn, das sage ich aus guten Gründen, lass es. Wenn du allerdings jemand bist, der sagt, ich möchte an mir arbeiten, du hast da ernsthaftes Interesse dran, Google, vielleicht ist eine Loge in deiner Nähe, wenn das spannend für dich klingt, ob das was wird, kann man nie sagen, da gehe ich auch auf eine in der späteren Frage nochmal zu ein, aber tu es. Ich gehe stark davon aus, weil wir hier auf der Plattform YouTube sind, dass auch ähnliche Leute aus den verschwörungstheoretischen Kreisen dieses Video sehen werden und deshalb möchte ich das gar nicht abtun, denn auch ich war ja extrem tief oder habe mich extrem für solche verschwörungstheoretischen Ansätze interessiert, bevor ich dann zur Freimarkt Mauerrei gefunden habe und ich kenne natürlich auch die Argumentation dahingehend, die Ansätze in Bezug auf Weltherrschaft sind beispielsweise Egal was er sagt, sieht folgendermaßen aus, wenn du in den unteren geraden bist, dann kennst du die Geheimnisse nicht von denen, was in den oberen geraden vor sich geht, wenn du aber in den oberen geraden bist, da wo du am Hebel sitzt, dann wirst du niemals darüber reden dürfen, was in den oberen Kreisen vor sich geht. Und das Geniale an dieser Art und Weise der Argumentation, das muss man so sagen, wie es ist, ist, dass sie nicht zu dementieren ist. Egal, was ich jetzt sagen würde, und natürlich könnte ich jetzt sagen, nein, wir haben keine Weltherrschaft, wollen wir nicht, und so weiter, und so fort, selbst wenn ich das so ausdrücklich sagen würde, wäre das nur gefundenes Fressen für diejenigen, die eben sich dann auf diese Argumentation ausruhen und das als Indikator dafür sehen, dass ich halt vielleicht nicht im 33. Grad bin oder wenn ich es sein sollte, nicht darüber reden dürfte. Das heißt, die Argumentation ist mir bekannt und die ist inhaltlich auch total schlüssig. Und bezugnehmend auf diese Argumentation, die Freimaurerei selbst hat keine Stimme für sich, die mir bekannt wäre. Und das ist auch der Unterschied beispielsweise, da werde ich gleich noch drauf eingehen, zu Sekten oder Religionen. Es gibt da keine Art Pastor oder konkrete Dogmen, Sachen, an die wir uns halten müssen, so eine Art Gesetze oder sowas in vielerlei Hinsicht. Sowas haben wir nicht, wir arbeiten viel über Symbole. Das heißt, dass mehr oder weniger jeder Freimaurer auf der Welt die Inhalte der Freimaurerei durchaus etwas anders auslegen kann. Und das macht es auch schwer, dass man gemeinsam so etwas wie eine Weltregierung anstreben würde, meiner Meinung nach. Denn wenn es so viele verschiedene subjektive Interpretationsweisen von einer derselben Sache gibt, dann kannst du dir vielleicht vorstellen, dass es zum Teil auch abweichende Meinungen innerhalb der Freimaurerei über verschiedene Inhalte der Freimaurerei geben wird. Und wenn man sich vorstellt, das dann noch auf internationaler Ebene zu haben, sodass man tatsächlich eine Weltherrschaft haben sollte, dann ist das schwierig, meiner Meinung nach. Die Freimaurerei selbst ist weder eine Sekte noch eine Religion, denn Sekten haben, also ich bin jetzt kein Sektenforscher oder so, aber die typische Eigenschaft, dass es da in der Regel jemanden gibt, der vorne steht und klare Regeln vorgibt, der sagt, das ist richtig, das ist falsch, oftmals so eine Art charismatischen Anführer haben, das ist grundsätzlich nicht der Fall bei der Freimaurerei und auch die Freimaurerei verfolgt unter anderem die Ideale der Aufklärung nach Immanuel Kant, da heißt es Sapere Aude habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen und das steht so ziemlich im Widerspruch zu den typischen Charakteristika einer Sekte, sprich blind zu folgen, von daher auf jeden Fall sind die Freimaurer keine Sekte. Eine Religion ist die Freimaurerei auch nicht, denn Religion hat in der Regel klare Dogmen, ganz klare Regeln, das ist richtig, das ist falsch, das ist gut, das ist böse und auch das gibt es so gesehen in der Freimaurerei nicht. Wie wird man Freimaurer? Also falls du dieses Video gesehen hast und denkst Mensch das klingt ganz interessant, will mir da mal was drüber anhören oder ähnliches, wie wird man jetzt überhaupt Freimaurer? Zuallererst man muss jetzt nicht mega elitär sein, sage ich mal, oder einen Doktortitel haben, um Freimaurer werden zu können. Es ist viel wichtiger, dass die Werte halbwegs passen und die Haltung des Menschen an sich, sprich wenn du jemand bist der sagt in meiner Freizeit da treffe ich mich mit anderen und dann hauen wir uns aufs Maul oder sowas dann wäre die Freimaurerei vielleicht nicht die erste Adresse wo ich dich hinschicken würde und auch wenn du jetzt sagst beispielsweise an mir arbeiten will ich nicht muss ich nicht bin perfekt so wie ich bin dann ist das vollkommen legitim wenn du diese Haltung hast aber dann würde ich jetzt auch nicht primär sagen hey schau dir das mal an wenn du aber jemand bist der sagt Mensch das was der Patrick hier vielleicht gesagt hat macht Sinn ich interessiere ich dann heißt das nicht dass du Mitglied werden kannst auf keinen Fall das ist schon ein längerer Prozess und das ist jetzt nicht so als wirst du in einem Fußballverein beitreten aber mittlerweile wird die Freimaurerei ja auch moderner und ziemlich viele Logen haben eine eigene Internetseite auf diesen Internetseiten ist jeweils ein Kontaktformular zu finden worüber man dann ja sein Interesse aussprechen kann vielleicht seine Telefonnummer da lassen kann und dann mit denen in Kontakt treten der übliche Ablauf ist dann dass man sich vielleicht trifft unter vier Augen einfach mal spricht über verschiedene Themen dann vielleicht zu Gästeabenden eingeladen wird das sind Abenden von Freimaurer die öffentlich gestaltet werden dann kann man da mal gucken wichtig ist halt das ist ein gegenseitiges Kennenlernen also du lernst die kennen es muss ja für dich auch das richtige sein aber die lernen natürlich auch dich kennen und gucken Mensch wird das passen wird das harmonieren es ist ein gegenseitiges Kennenlernen einfach und sollte das alles passen könntest du irgendwann sagen Mensch ich habe Interesse ich würde gerne aufgenommen werden und dementsprechend würden dann die nächsten Schritte eingeleitet werden das wäre so ein üblicher Ablauf wenn das interessant für jemanden ist der Freimaurerei beizutreten das waren erstmal so die Frequently Asked Questions die ich bekomme über die verschiedenen sozialen Medien die ich hier einmal über das Videoformat beantworten wollte und ihr seht auch auch ich rein von der optischen Erscheinung sehe natürlich nicht so aus wie jemand der wo man sagen würde Mensch das ist ein Freimaurer ich habe einen langen Bart trage eine Cap aber genau das sind ja auch Sachen worum es geht sich in der Freimaurerei würde man sagen aus der Sklaverei der Vorurteile zu befreien und zu schauen dass man den Menschen dahinter sieht anstatt nur seine Erscheinung in diesem Sinne ich wünsche dir nur das Beste einen wundervollen Tag wenn du Fragen hast halt dich nicht zurück schreib sie gerne hier in die Kommentare oder schick mir eine Nachricht bis dahin wünsche ich dir nur das Beste Adios